Der Panamera vereint zwei grundsätzlich gegensätzliche Charaktere in einem Fahrzeug. Er ist auf der einen Seite eine komfortable Luxuslimousine und auf der anderen Seite ein reinrassiger Sportwagen. Und diese Sportwageneigenschaften wollen wir auf der Nürburgring-Nordschleife unter Beweis stellen. Es gibt nichts vergleichbar Legendäres. Es gibt keinerlei Rennstrecken auf der Welt, die so lang sind, die so eine breite Vielfalt haben, quasi in der Abstimmung von dem Auto. Und deswegen nutzen wir die Nordschleife für die Fahrzeugentwicklung. Das macht unsere Autos aus bei Porsche, egal ob das ein Cayenne ist, ob das ein 918 ist oder ein Panamera. Wir fahren hier oben, wir fahren hier oben auf Zeit, mit Straßenreifen komplett, Serienfahrzeug. Ich finde, das zeigt, wie sehr wir von unserem eigenen Produkt überzeugt sind. Für die Rekordfahrt wird am Serienfahrzeug lediglich ein Überrollkäfig und ein spezieller Sportsitz für die Sicherheit des Fahrers eingebaut. Ansonsten ist es ein Panamera Turbo, wie der Kunde ihn auch für sich spezifizieren kann. Das Auto zeichnet aus, dass man trotz einem relativ hohen Fahrkomfort das Auto sehr, sehr dynamisch bewegen kann, dass es sich sehr leichtfüßig anfühlt. Man kann super sportlich unterwegs sein. Man kann aber auch sehr luxuriös fahren. Auf das Luxuriöse haben wir uns ein bisschen verzichtet. Die letzten Tage hier auf der Nordschleife, ich war dann mit den Fahrwerkskollegen hier das erste Mal, habe ein bisschen probiert und habe dann auch schon gesagt, ich glaube, das können wir schaffen. Um auf diesem wirklich schwierigen Terrain eine richtig schnelle Runde realisieren zu können, braucht es natürlich ein super abgestimmtes Fahrwerk. Da haben die Kollegen von der Fahrwerkentwicklung wieder einen Top-Job abgeliefert. Man braucht ein Fahrwerk und ein Fahrzeug, das dem Fahrer Vertrauen gibt, das Stabilität hat, das Sicherheitsreserven signalisiert, dass der Fahrer hier wirklich maximal performen kann. Die erste Generation war schon Benchmark in der Oberklasse und mit der zweiten Generation wird wieder der Benchmark durch den Panamera gesetzt. Unsere Fahrwerkskollegen verbringen Wochen und Monate hier am Nürburgring und man merkt das, wenn man ins Auto steigt, wenn man um die erste Kurve fährt. Das Auto ist super agil, lässt sich schön platzieren, was man von einem viertürigen Luxusfahrzeug gar nicht erwarten würde. Es gilt das gleiche wie für den Motor. Es muss fahrbar sein, es muss für den Kunden, für den Fahrer erfahrbar sein und er muss sich wohlfühlen. Für die schnelle Rundzeit auf der Nordschleife, wie auf jeder anderen Strecke, natürlich gilt zunächst mal eine maximale Performance in Verbindung mit einem entsprechend breiten Drehzahlband, wo uns auch das maximale Moment zur Verfügung steht. Dann ein entsprechend abgestimmtes Getriebe, schnelle Schaltzeiten. Zum anderen ist es auch ganz sicher das gute Ansprechverhalten vom Motor. In jeder Drehzahl da eben auch entsprechend performant antworten zu können auf den Fahrerwunsch. Der Motor ist eine Wucht, unheimlich viel Leistung, aber auch kontrollierbar. Also das Auto ist vom Drehmomentverlauf von allem sehr, sehr fahrbar und das braucht man hier auf der Nordschleife, um wirklich schnell zu sein, um das Fahrzeug kontrolliert zu fahren, dass das Auto auch das macht, was der Fahrer will. Dieses Gesamtpaket ermöglicht richtig schnelle Runden hier auf der Nordschleife und das ist ja auch industrieweit der Meilenstein, der Prüfstein, um im Prinzip Fahrdynamik zu belegen. Runden vom Hübschleife, auf Nummer tuli aus. Als die Jungs dann auf die Messtechnik geschaut haben und haben gejubelt, dann wusste ich, okay, jetzt, das hat funktioniert, das hat gereicht. 7.38, mega. Es fühlt sich großartig an. Eine eindrucksvolle Zeit, die zeigt, was dieses Fahrzeug auf der Performance-Seite kann. Lars Kern als Fahrer und das gesamte Team haben hier am Nürburgring einfach einen unglaublich tollen Job gemacht und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken.